Fervus Tempel? Das bedeutet, wir können, ja, wir können Discord-Warriors ausbilden. Sehr gut. Der Fervus Tempel ist schon mal nicht schlecht, weil die Spinnen dadurch... Wer oder was war das jetzt? Hm. Krypto, yay. Wir haben die mit Wurz. Ich bin eigentlich fast gewillt, eine zweite Warrior-Gate zu bauen. Komm, ich baue eine zweite Warrior-Gate. Damit ich vor, wie ich das auf Discord ausbilden kann. Majestät, der lokale Blacksmith offert neue Services. So, jetzt hätte ich gerne wieder meine Library aufgebaut. Boah, das war knapp. Nein, 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 nein Krieger geht eingerissen. Oh oh. Black Phantoms. Ah, Black Phantoms. Okay, das Black Phantoms ist ausgeschalten. Ich hätte nicht gesehen, habe es ins drei gewesen. Wild Adventure builds character. Majesty, the palace is under scene. Sovereign, a building has been upgraded. Majesty, the local Blacksmith offers new services. Your Highness, our research in the library is complete. Ah, der da oben. Ah, der da oben. Der da ist tot. Majesty, the palace is under scene. I'm melting. My power through. I'm melting. Victory is not in the crowd. Wild Adventure, the palace is under scene. Wild Adventure, the palace is under scene. At last. Jetzt werde ich wieder von der Ratte beklaut, okay. In the name of the sovereign. Da ist der Witch King jetzt aufgetaucht. Da ist der Witch King jetzt aufgetaucht. Äh, haben sie meine Magiergele zerstört? Das wäre nicht so toll. Wenn der mich mal in 50er Mark hier aufhört, abhaut, ist das nicht gut. Das war der Witch King. Das war der Witch King. Oh, was für ein Heckmeck. No fun at all. So, jetzt kann ich mich ein bisschen erholen, wie es aussieht. ...噢,でき Hmm. Oh. Oh, wir haben wieder einen von denen verloren. Magic Resistance, das wäre auch mal was Schönes. Ach, da kommt die Lich Queen, die Lich Queen, Lich Witch, vorüberkommen Vampire. Ah, ja gut. Nur leider bringt der mir ohne Geld nicht viel. Räumtempel, nein. So, machen wir die beiden erstmal wieder voll. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Puh, das war jetzt sowas von knapp. Ist da schon die Lich Queen? Ja, die Lich. Ja, das wäre wirklich gut, wenn du mal hithelfen würdest. Ja, du rennst lieber von dem Vampir weg. Ja, das war jetzt. So, Sivan. So, Sivan. So, Sivan. And done for! And rassistil. I serve you. A newly discovered outpost has agreed to join your kingdom Langsam fange ich mich wieder, muss ich sagen So, das war die Lich Queen Wir haben jetzt den Zyklopen gehabt Wir hatten den Witch King, dann hatten wir Phantome, dann die Lich Queen Jetzt müsste als nächstes wahrscheinlich der Pseudodrache da Schraktor, oder wie er nochmal hieß, auftauchen Wie sieht es eigentlich hier unten aus? Die sind beide voll Ich habe einen neuen Zwerg und einen neuen Neuen Zwerg und einen neuen Elf Okay, was? Wieder Black Phantoms? Warum spawnen wieder Black Phantoms? Das ist nicht schön Ja, Power Phantoms, Pads of Mars Destruction Ja, Power Phantoms, Pads of Mars Destruction Das war wieder der Falsche Ich habe wieder kein Geld Wengel, der Hunter? Wengel, der Hunter? In the name of the Sovereign Victory is not in the cards Okay Ich habe Ich habe Jetzt Ich arbeite